Guten Tag, liebe Besucher des Weihnachtsmarkts, liebe Mitglieder des Fördervereins. Heute zum 13. Dezember, 3. Advent, heilige Lucia, sind wir hier ganz alleine. Aber trotzdem möchten wir Ihnen online, virtuell mal zeigen, was wir eigentlich für Sie alles vorgesehen haben. Kommen Sie mit! Ja, sehr gerne würde ich jetzt mit Ihnen hier am Glühwein anstoßen, mit unseren Feuertonnen, unseren beliebten Tischen. Leider dieses Jahr nicht möglich. Bitte bleiben Sie alle gesund und machen Sie sich ein Glühwein zu Hause. Genießen Sie die Zeit in der Familie und wir hoffen, wir können Sie im Wintermarkt hier dann empfangen oder spätestens nächstes Jahr zur Weihnachtszeit. Aber damit Sie auch etwas Merodes-Flair mit nach Hause bekommen, hier hinter mir ist der Brunnen, der vom WDR gebaut worden ist, um den Film Helene, die wahre Braut, der hier gefilmt worden ist, zu drehen. Und den können Sie am 25. Dezember dann sehen und so auch ein bisschen Merode bei sich zu Hause zu bekommen. Liebe Besucher des Weihnachtsmarkts, willkommen hier im Innenhof. Normalerweise ist unser Innenhof besonders am 3. Advent richtig voll mit Vielstimmung, mit der heiligen Lucia, mit dem Christkind. Für dieses Jahr hatten wir uns das so ausgedacht, dass wir den Innenhof etwas ruhiger machen, auch wegen den Corona-Schutzverordnungen, aber auch um das Konzept ein bisschen zu ändern und deswegen auch die Krippe, die Sie hier neben mir sehen, die natürlich jetzt ohne Christkind ist. Aber das Christkind, wir haben ja noch ein bisschen Tage, bis es dann bei uns allen zu Hause ankommt. Und eben ein etwas ruhiger Raum sollte der Innenhof dieses Jahr sein, mit weniger Glühlein, mit weniger Ausstellern, aber dafür besinnlicher Platz für mehr Musik, für mehr Austausch hier im Innenhof. Also schreiben Sie uns, sagen Sie, was haben Sie lieber, wie sollen wir das nächstes Jahr machen? Sollen wir einen etwas ruhigeren Innenhof nehmen oder das Konzept für die Jahre zuvor mit mehr Partystimmung? Also ich bin mal gespannt, was Sie als Kommentare sagen. Ich lade Sie ein, mit mir virtuell einen Glühwein zu trinken. Wir haben natürlich nach unserem Hausrezept wieder etwas vorbereitet, was ich natürlich viel lieber mit Ihnen trinken würde und hoffe, dass wir ganz bald wieder gemeinsam anstoßen können. Also alle bei Ihnen zu Hause, bitte bleiben Sie gesund und wir stoßen auf ein Jahr 2021 an, die sicherlich viel Hoffnung mitbringt und deswegen Prost und genießen Sie trotzdem die Zeit in der Familie und diese schöne Adventszeit. Ich wünsche Ihnen alle ein gesegnetes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Prost. Prost.